Frohe Ostern wünscht Ihnen Rentenbescheid24.de. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Heute ist der 6.04.2023, der Gründonnerstag, ein ganz wichtiger Tag im Leben vieler gläubiger Menschen. Und der Gründonnerstag läutet sozusagen das große Osterfest ein. Ich wünsche Ihnen allen in Deutschland und natürlich auch unseren Landsleuten auf der gesamten Welt alles, alles Gute zu Ostern. Viel Freude, viel Spaß, auch vielleicht ein bisschen Besinnung, zur Ruhe kommen im Kreise Ihrer Familie. Und wenn Sie nicht bei Ihren Liebsten feiern können, vielleicht könnten dann sich Ihre Liebsten, Ihre Angehörigen oder auch die Nachbarn im Haus vielleicht mal an Sie erinnern, einfach mal an die Tür klopfen und mal Hallo sagen und ein frohes Ostern wünschen. Das hilft schon und erfreut unsere Herzen. Ich wünsche Ihnen eine osterstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.